Heute zeige ich dir einen neuen, wunderschönen Sommerstrauß. Die Serie meiner Sommersträuße. Ich liebe die Zutaten der Natur. Immer wieder betone ich es und ich kann gar nicht aufhören, es zu sagen. Und im Garten ist so ein ganz großer Birnbaum und der schmeißt jetzt schon unheimlich viele Früchte ab. Der hat auch viel zu viele Früchte drauf. So viele können wir dann gar nicht essen. Und deswegen kann man diese richtig schön unreifen, knallharten kleinen Birnen auch in einen Blumenstrauß reinmachen. Man nimmt ein Holzstäbchen. Holz finde ich immer ein bisschen besser als ein Draht, weil der Draht fängt an zu rosten. Und spießt einfach die Birnen auf, weil die sind jetzt natürlich noch wunderbar unreif, da geht das ganz toll. Und dann habe ich die schon mal schön fixiert, um die dann in den Strauß einzufügen. Ich nehme heute eine Hortensie. Ich möchte gerne einen schönen Kontrast zu den Birnen. Die haben ja auch so kleine rosa Wangen. Ich mache wieder alle Blätter ab von der Rose, weil die Rose, die hält besser, wenn sie weniger Blätter hat. Und nehme als Straußmitte, nehme ich die Rose und füge die mal vorsichtig in die Hortensie ein. Sieht eigentlich jetzt schon schön aus, aber es geht ja noch weiter. Dann habe ich rosa Schleierkraut, auch Gipsophila genannt, habe ich mir ausgesucht, weil ich wollte dieses rosa Träumchen auch mit ein paar Früchten, das wollte ich dann eigentlich ganz gern so fortführen. Und die Birne, cool oder? Die wird dann einfach so reingelegt, dreht sich vielleicht noch ein paar Mal. Dann gucken wir mal, wie die am Schluss so wird. Das Schleierkraut verhackt sich so schön und dann machen wir einfach so einen schönen kleinen verträumten Schleierkrautkranz um diese Hortensie. Und ich habe auch extra die Rose schön im Kontrast zur Hortensie und die Birnen, die heben sich natürlich dann auch sehr, sehr schön ab. Birnen oder kleine Äpfelchen sind auch ganz toll in Sonnenblumensträußen. Aber ich glaube, der Fantasie sind mir immer keine Grenzen gesetzt und ich finde auch immer ganz schön, wenn so ein spielerisches Gras dazu, ein Wuschigras, wenn man das noch mit einfügt, die Gräser so ein bisschen schwingen lassen. Und wenn wir gerade beim Schwingen sind, dann machen wir es doch komplett. Dann nehmen wir als Umrandung. Schönes Grün macht ja immer wertig und immer toll. Es ist unglaublich, was für eine Stimmung das macht im Strauß. So, dann nehme ich noch Korallenfarben, umrande das Ganze mit Bergenienblättern. Natürlich alles wie immer in der Spirale gebunden. Das heißt, in der Spirale, das heißt, ich lege immer in eine Richtung die Stiele an. Deswegen kreuzen die sich nach unten auch so auseinander. So, Moment, jetzt kommt erst der Korallenfarben, nicht, dass ich was vergesse. Und dann kommen die Bergenienblätter wieder. So, und die sind auch so schön groß und breit, dass ich da, dass das schon eine ganz tolle Straußumrandung ist. So, ja, und nun ist eigentlich dieser kleine, dieser kleine feine Sommerstrauß mit diesen wunderschönen Früchten auch schon fertig. Also man sieht, das geht ratzfatz. Man muss nur die Ideen haben. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Sammeln. Guck mal auf Obstwiesen, ob schon irgendwo was runtergefallen ist, was nicht reif wird. Und beim Zusammenselsuchen der schönen Blüten. Das war heute mein Sommerstrauß. Bitte viele Daumen, Kommentare, Likes. Ich freue mich über jede Nachricht. Bis bald, deine Margit. Tschüss.